tschüss scheiß tante Leute warum ist das scheiße heiß man hier steht stark bewölkt ich sehe hier nur Sonne wieder ein Geiges für das verschenkte Abo an den Emo-Flub aber macht ja keine Ordnung der Emo-Flub ist nicht Kaul schlecht das ist ein richtig äh das ist ein richtiger Sieg of Mana Hooligan den kriegst du nicht in deine in eure Lufia Bergen Armee rein aber vielen Dank Geiges meine Sohn falls es nicht der äh das Ziel war aber ich kenn euch Lufia Spieler doch aber vom Emo weiß ich dass er ein großer Sieg of Mana Fan ist und dass er schon uralt ist das weiß ich auch antik könnte man sagen äh fragen die noch mal Emo magst du Lufia aber vielen Dank Geiges ich sehe nicht wie viele sind jetzt aber seht ihr alter Mann ne es ist äh nur noch tausend ja richtig bist du Lufia wer ich hab's auf Lead gemacht ne für alle die sich wunderbar warum es 1,3,3,3,3 ist aber Lead sagt bestimmt manchen Leuten was ne so richtig eben ein Pixel weit links jetzt noch 50 Pixel weit rechts ich mag Züge jetzt ist er seiner Linie treu bleibt so und richtig die auf Mana Hooligan die für die PS4 event lieber dann doch für ein Super Nintendo sag ich dir und wie lange wir die 500 Bits P-P-Pizza Monster der Pizzamonster der will wohl Evermore unter einer Stunde haben Und er mag Züge, mag ich ja auch, ach komm Geiges, wobei, du bist ja schon ein bisschen jünger Geiges, es könnte sein, dass du Leed gar nicht kennst, das stimmt sogar, glaub ich dir sogar, aber mit diesem E-Mode hinten dran, weiß ich nicht, könnte ein bisschen troll sein, also du weißt wahrscheinlich doch, was 1-3-7 bedeutet. Lush of Time ist auch gut, aber es ist leider noch ANG-Dependent, was, nein, der Mann hat viel mehr ANG als jeder, tausendmal mehr, ne, also wirklich tausendmal mehr, der Mann hat krank viel ANG, die Mann 1 und 2, es war wirklich ne Enttäuschung, ich hab nicht gespielt, aber gesehen, ah, na klar war das, hey, Michael weiß es, wenn man einen Bamboo fragen will, obwohl der Bamboo äh, antik ist, der weiß es sicher nicht. Hang on, empires, ne, aber GF Mann hat tausendmal mehr ANG, glaub mir, Geh doch da rein, Mensch, soll, nicht schlecht bis, bis dahin, das hätte ne 405 werden können, das ist 406, glaub ich. Ja, ich geh mal noch an 405. Lied, ja, damals wurd's halt dieses Lied genommen, ne, für, ne, Lied, ne, ne, das ist einfach nur als toll Ding, ne, weil, naja, 420 ist zu niedrig, ne, 666 haben wir auch schon, ne, äh, oder ist auch zu niedrig und, ne, ich hätte auch 1.120 machen können, ne, aber ist ja nicht das gleiche wie 420, wisst ihr, was ich meine, deswegen, Geiger ist, ne, der ist, glaub ich, ein richtiges Küken, war gleich zu uns, 28 oder so, du bist doch auch alt, das ist mein Jahrgang, geh die nicht raus, ne, ne, geh die nie raus, ja, wir beide sind alt, äh, Slow-Mo, sind beide alt, für die 26, ich weiß ja nicht, aber hey, vielen Dank für euren Support, meine Söhne. Ich bin 34, und in, dieser Dungeon ist, by the way, ziemlich schwierig, den gut zu spielen, und wie kommt der so early schon, Edward Scarsen, der hat sehr viele schwere Stellen, und leider auch RNG, aber hier und dort, wie das zum Beispiel, kann ich fast nichts machen, ist das ein fucking bad Raum, oh, hier ist es. Du bist verdammt alt. Alles alte Säcke hier. Ne, ich bin 34. Ich werde aber in 10 Tagen am 23. werd ich 35. War der blind und taub? Bewatch! Äh, warte, warte! Oh mein Gott! Timing off! Am Bauch ripped. Geistig 12 bis 14. Scheiße. Rechter ist, ne. Nur nicht so unverschämend wie du oben. Wie? Wie? Aber wir nehmen jetzt hier einen D-Boost gleich. Nicht den da. Aber auch okay. Mal hier. In der Hoffnung, dass wir jetzt einen HP-Drop kriegen. Geistig 12 bis 14. China, Pedro. Fuck you, game. Game ist wieder böse. Jo, Dante. Was läuft bei dir? Der Dante Dark Knight. Geistig 12 bis 14. Ja, du musst dein Ausweis zeigen. Aber, ach komm. Du hast doch gebettelt das Ding zeigen. Du hast, ne. Du hast, äh, Bier gekauft. Ne. Hier iPod. Da haben die Gemeinde, äh, gesagt gehabt. Okay. Alles klar. Und du so. Wollen sie nicht mehr auf 2-Szenen? Das ist doch hier ein Lob. Ne, ne. Und dann. Ah doch. Hier. Da. Sehen sie? Ah ja. Okay. Uralt. Wie, wie. Wie vermutet. War es nicht so? Hehehe. So, warte mal hier. Kacke. Das wird ne 10.01. Hm. Okay, ne. Okay. Warte einfach. Aber wir müssen heilen wieder. Sack. Ungepflegt? Ne. Ich renne immer gepflegt rum. Außer hier auf dem Stream. Da sehe ich aus wie ein Penheimer. Ja, was gibt's denn zu essen, ja? Dante. Du hast nen robusten Magen. Du hast nen robusten Magen. Ich strahlt dich dann kein Bartwuchs. Oh. Oh, Slow Mo bitte. Am besten keine so politischen Themen, ne? Sowas kann immer nur in die Hose gehen. Deswegen lieber gar nicht fragen. Du hast jetzt immer schlecht. Oder kann nur nach hinten losgehen. Ballat gegrillt und Baguette. Ballat, ne? Gesund. Ja, ja. Das ist ein Moment wieder, ne? Aber es ist lieber nicht, ne? Du weißt ja, das kommen die bösen Buben hier raus. Bei Politik, äh, genau. Das wollen wir nicht. Da fühlen sich ja dann viele immer gleich angegriffen. Wangen will nicht zacken. Vielleicht kommt da noch was, äh, Wiebox. Wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Gibt es schlimm, ne? Gibt es schlimmeres, ne? Nee, das ist immer noch nur du, Buddy. Deine Jahresdusche, die steht ja erst an Weihnachten wieder an, ne? Na, Sack, nee, Fohle, warum? Du Stinker. Ganz schön frech seid ihr, ne? Ich bin nur ehrlich, aber ihr seid frech. Ein Unterschied, ne? Ich bin nur ehrlich, aber wo bin ich frech? Oder ist der Kony für die Moondribe Challenge? Die Moondribe Challenge Kein gutes Starting Pattern, ne? Muss ich sagen. Nur einer ist gestorben und der eine ist nach links gegangen. Das war nicht so toll. Das Heilen war alles scheiße. Rot sogar. Aber okay. No, no, Rideside, I also tested it a lot, Rideside sucks. You can, uh, it's way more risky because, uh, one worm very often goes to the bottom. Like, rose to you. Oh, no, no. No thanks. Oh, no. Oh, no, no. Das muss irgendwann wieder mal eingeführt werden Pizzamonster, irgendwann, oder? Irgendwann kommt das wieder? Dann besser denn je. Was? Wo ist mich nach oben, du Penner? Ich hab nur nach oben gehalten. Das sah aus wie ein Run-Button. Das sieht aus wie ein Run-Button. Und Softlock in 3, 2, 1! Einmal und nie mehr. Ja, hä? Ist die 2 sind das, hä? Das ist ein bisschen... Ne, eigentlich nicht. Das ist mein SC2 ist abgekackt. Und da war dann quasi Hardlock für mich. Aber das war ein SC2 Problem. Also kann nichts passieren normalerweise. Der Geige ist. Was ist mit dir Blubo? Ja, irgendwann werden die wieder eingeführt. Irgendwann, ne? Ja. Und Zeit kommt Rat. Und Zeit kommt Rat. Rat. Bin. Janne. Ab dem Ich hab dem Hallo? Ui! Das könnte passieren, oder? Ich sollte wirklich ein neues Oh, das war das für ein scheiß Clip. Das sind alle Willpens, so lange bis alle Inka sterben. Und auf einmal unsere Kumpel sind da. Wie kamen die hier drauf? Kann das jemand erklären? Wie kam die hier her? Also ein Traum. Aber der ist auch dann mehrere Tage auf dem Floß hier mit Kara. Und Zef ist ja dann auch tot und ist später nicht mehr da. Death will die. Durch Quantenmusik? Vielleicht müssen wir mal Sheldon Kuba fragen. Wull hat einen Hard Attack. Dann geht es nicht so gut im Ur. Seht ihr das? Ja, der Fisch hat auch Hunger. Hörfman-Positor noch? Ja. Aber bald müssen dann leer sein. Wir waren nur bei 60%. Ja. 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 Die. Ja. Du bist schon wieder in das Pharahemus. Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Aber die ist es richtig. Untertitelung des ZDF, 2020 Fische essen ZDF, Kara ist Fisch ist Kara dann ZDF, das ist zu kompliziert Pizzamonster, das ist eine interessante Theorie, das muss untersucht werden, das war nicht so gut, aber schau mal die Swag Wenn man in Swag hier fällt, dann schirbt man 100% garantiert bei den Vampires, außer man hat Fohleluck, dann hat man noch eine kleine Chance zu gewinnen, mal gucken ob der Run Fohleluck hat, ne? You look perfect! Ja! 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 005目前 geradeaus 10 16 22 21 22 2 Okay, Warp City. Rennen ist gefährlich, ne? Diamantenmine. Schau mal, die wird jetzt bisschen besser. Rennen! Alter, fucking Falter. Ich bin drin, Leute. Find alle, Leute. Soll ich dir das Wasser noch nicht? Salz wird in zwei. Da hast du ein Bier. Einen und Jongen? Würde! Eine neue Hälfte an— Würde! 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 Hallo, R-Rant? Nennt er mal. Wie viele Double Tap Pace hier in dem Ding? Dann waren in dem Dungeon, lächerlich. Natürlich, läuft auch. Oh, ob das noch geklappt hat. Horrible. Äh, nicht nur einer. In All Bosses, in All Bosses 100%, glaube ich. Und in 100%. In mehreren Kategorien, ja. Habe ich auch schon gerannt. In All Bosses Kategorie, glaube ich, habe ich gerannt. In All Bosses Kategorie, glaube ich, habe ich gerannt. Ich habe schon auf dem Ass in Ich. Ich habe schon wieder das Auto gemacht, glaube ich. Ich habe in All Bosses Kategorie und danke. Ich habe schon mal das Теперь. Entschuldigung, hast du ein fill aus? Ich habe schon so rausgebracht. Als würde ich mal in All Bosses und all die Kategorie. Ich werde es ruhig geben. Ich werde es jetzt in den Rant. Es geht. Ich werde es nicht in den Rant. Ich werde es gut? Alter, war das scheiße. Das ist schon langsam ein Reset. Wieder ein Frame zu kurz gehalten, den Charge. For real. Ein Frame. Heute passieren so viele Ein-Pixel-Off-Ein-Frame-Off-Geschichten die ganze Zeit. Das ist halt frustrierend. Wenn man das so tight spielt, dass es gerade so nicht klappt. Gerade so. Wo es so präzise ist, dass man es nicht timen kann. So dumm. Hier ist es timeless. Egal wie gut jetzt der Part noch wird, ist es timeless. Ja, ist eigentlich auch super easy. Sowohl Boss als auch. Sowohl Boss als auch Dungeon. Noch sehr kurz alles. Das ist alles. Müll. Also diese Diamond Mine war Luviage 2. Versteht ihr das? Ich meine gucken wir mal gleich auf den Time Safe oder Lost Guy und dann können wir es ja nochmal beurteilen. Gucken wir mal, ob es super geil war von der Time her. Wir werden verlieren Zeit, also man muss ja Luviage 2 super scheiße bedeuten, weil ich ja hier auch Zeit hätte gehen sollen. Eindeutig Abfall. Nicht in der Hauptkategorie Phoenix. Auf der Hauptkategorie bin ich immer noch Erster. Äh, Erster. Geht zu, was? Sorry, ist alles so geil. Hauptkategorie immer noch untouched. Juhi Joon. Also, Competition? Ja. Sehr gegrindet die Hauptkategorie. Man Run ist glaube ich 3, 4, 5 Leute oder sowas. Aber ich habe das nicht auf dem Schirm, ich gucke da gar nicht zu. Muss ich ehrlich sagen. Nicht weil es mich nicht interessiert oder so. Äh, ich merke und sehe selber nicht. Ich folge nicht allen, äh. Ich will den Run-On. Muss ich hier stehen. Ich böse Bub. Turtles fast. By the way, Buddy. Äh, Turtles. Gibt's auch auf der Sega, ne? Und das ist also Teenage Mutant Ninja Turtles. Und das ist ein komplett anderes Game. Aber es spielt sich eigentlich gleich mit der Special Attack, mit allem. Und es gibt einen Run-Button. Da gibt's einen Run-Button. Es hat quasi nur 3 Knöpfe. Statt 4. Und trotzdem haben die einen Run-Button, ne? Lächerlich, oder? Wie dumm, ne? Weil Super Nintendo sagt, das ist die Power-Man net, ne? Aber dennoch ist die Special, äh, kann man leider nicht nur auf einen Knopf machen. Also muss trotzdem zwei machen. Also, äh, ist trotzdem die Running Special ist nicht so leicht zu nutzen, fand ich. So, first side, ne? Wie gesagt, ich hab ja nur ein bisschen so casual rumgespielt. Aber war ein bisschen blöd zu benutzen. Weil du halt den Renn-Knopf da drücken musstest, ne? Und dann zwei Knöpfe noch die anderen beiden side gleich, ne? Ich bin sicher, Mr. Fried, wenn, äh, Lohalck finishes the test, he will return and try to get the record back in the main category. I'm pretty sure. Bei welchem Spiel den Phoenix? Ja genau, Hyper-Stone oder sowas. Genau. Aber sah nicht schlecht aus. Overall. Ah, das ist überhaupt nichts für mich. Igitt. Naja, nicht Igitt, aber nichts für mich. Das ist ja kein, das ist ja kein, das ist ja kein Evermore. Ja? Guck. Ich bin sicher, der hidden ist, ist ja kein, das ist ja kein Ei. Der ist sehrじゃあ, das ist ja kein Erf dud. Und, ja. Ja, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Und, ja, hab ich mir ein geschmeistert. Und, ja, ich bin sicher, aber nicht von dem, ja. Ich bin einfach über den Filmen. ver, von dem Spiel zu antigen immer wieder. Ich bin sicher, ich bin sicher, dass du das darum hier weisst. Das ist gar nicht mehr. Och, das ist ja gar nicht so vieles dir vertrend. Ja, ist also, bis auf paar Ausnahmen, Buddy, Turtles ist schon ein gutes Spiel, ja, schon in Ordnung, aber der Rest? Das ist ein Neid von mir, aber es gibt aber auch viele andere Google-Games, die zu kurz sind, aber wenn Go-Sig jetzt lösert, dann let's go, ne? Also nicht von mir abhängig sein oder von sonst jemandem, sondern du sollst ja Spaß haben, ne? Das ist das Wichtigste. Hallo? What the fuck? Genau, einfach machen. Ja, hallo, Leilk? Danke, Leilk. Wie ist dein Deutsch? Lernst du noch über Duolingo? Are you still learning German und Duolingo Leilk? Or did you finally give up? Okay, that's like giving up. Und ein neues Wogenbrokers. Und ein neues Wogenbrokers. Und ein neues Wogenbrokers. Ich bin auf dein YouTube-Kanal. Ich wollte die Moontribe-Fight. Und dann bin ich mir gedacht, oh, 3 Hours ago, ein neues Wogenbrokers. Wogenbrokers. Uploaded 3 Hours ago. Lucky me. Jetzt haben wir uns heute schon angefangen. Wie hast du den Boden hier? Oh, das ist gerade zu lang, das ist ein zu fetter Text, buddy, tut mir leid. Kann ich vielleicht gleich lesen, Uno, Momento. Was war das? Decent? No. Oh, das fucking sucks. I'm still almost at 2-cycler. We're failing the beginning. Okay, YOLO, Moo again incoming. Yo, Popcorn. I will eventually. For now, the difficulty is still bearable. Really? I mean... Yeah. Funny enough, I sometimes get letters like Deutsch ist nicht schwer. Uh, yeah, Bamboo Zestet. But Deutsch is... Even hard for Germans, except if you're Bamboo Shadow, then it's easy, of course. ... ... ... So, YOLO-MOO incoming, eh? Von der Space. Immer YOLO-MOO. Oh, mein Gott. Ei, 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 ei. Scheiße, Vampire. Ah, hab ich mit dem Coffin nochmal gequatscht, what the fuck. Und wieder B-Box, wie weit bin ich noch in Outlast gekommen? Das ist das Speedrun, oder was? Bei den japanischen ist das ja so ein Vogelwiper. Auch die Vampire sehen in der japanischen anders aus. Und haben andere Attacken, actually. Zum Teil. Äh, ja. Aber, ich glaub, oder gab es mal. Ich glaub nicht mehr. Und x-mal durchgespielt. Ja, wie gesagt, da haben wir uns gestern früh im Bett ein bisschen angeschaut gehabt von dir. So halbwegs. Ja. Haben wir uns auch gewundert, was? Speedrun practice? Der macht doch nur casual, der Boy. Hab ich gesagt. Okay, olden, focus time. Yolo, yolo, beginning. Let's go. Okay, good. No! Okay. Hit. 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 Das war's für heute. Ich hab nichts mal durchgespielt, der WEA in Glitches liegt bei 11 Minuten, ich müsste mal ein paar Dinge anpassen an das Spiel, aber 60 Minuten klingt schon mal nicht schlecht, das klingt doch schon mal not bad. So weit, so gut, und jetzt hier das beste Getränk. Na hohe natürlich. Prelny, das hat mich noch getroffen. Ja, 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 ja. Okay. Come on. Come on, I got it. Oh, really? How much frames? I would guess. You know, a theory test would be also be cool in Illusion of Gaia. The problem about Illusion of Gaia test is, since you have like a run button as a test, many rooms are not comparable. Like those small rooms, where you really think like, hmm, is the double tap worth it or not? Or whatever. It's difficult to time sometimes. And the test, of course, has like a run button, the test will run everywhere. Do you know what I mean? Sure. Yeah. Yes. Aber in den Räumen, wie zum Beispiel in Will's Haus, wenn du in den Stairs entstiegst, I walk, weil ich denke, dass es schneller ist, als bei meinen Testings ist. Also hier, oh, walk hier, und dann, oh mein Gott, ich habe alles verloren. Und dann run, besser als Double Tap, und so weiter, und so weiter. Aber es ist sehr schwierig, weil es so minor ist, über die Fräume, mehr oft. Aber ich würde gerne walken, auch wenn es 5 Fräume ist, einfach nur weil es consistent ist. Ich will nicht fail a Double Tap. Okay. 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 Also, room by room, I timed for myself. To see, okay, okay, worth it for me. Because for another one, it will maybe be better with the Double Tap here, or there. But for me, I tested it all for myself. But it's just about frames anyway, but I have to pass this route. Also here, I'm not going for the... Come on. For those skips, I use the slide entirely, because the slide is faster. I prefer that. So I take the full slide basically, instead of you trying to go for that trick. That is frame perfect. And I'm gonna die to the vampire. I'm gonna die, by the way. The vampires are gonna kill me now. Boop. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, yeah Let the fun begin Yes Am I a male vampire? No Das sucked it Come on, bitch Oh, hey, nice One herb only Oh, it's wrong Hello Come on, show me that I'm pixeling here What the fuck, man Oh, my God, again Losing two seconds at the bottom Oh, yeah Not bad Eric wants to explode He deserves to explode Oh, yeah, I lost After killing the male vampire I lost like three seconds Not running And not touching the bomb Ehm, mir geht's gut Und hier wollte'n Donut Blatter Äh, Blase? Blatter? Weiß auch mal englische Scheiße, ne? Ah, ne, ne, ist perfekt mein Englisch Sorry Super, das freut mich Das ist Reverson Reverson ist, äh Affe Oh, ja, ne, 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 ne Ich bin so am schwitzen alter. People sweat. Hallo du Affe meine Güte. Will Affe confirmed. Ich bin so am schwitzen. Ich bin so am liebten, dass ich die Schleppfüge schlägt. Wir sehen uns am nächsten Mal. Die Schleppfüge ist wichtig zu sehen. Die Schleppfüge ist wichtig. Okay, leck mir im Arsch. Ich hab noch einen Herb, von daher, I don't care, oh. Aber HP dropped? Danke. HP dropped? Auch nicht so gut, aber gut genug. Good enough. HP dropped. HP. 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 Oh. I know. Ape drop. Buddy drop? Oh god. 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 Great Wall. The Great Great Wall, bitte. Also nächstes Wochenende dann, meinst du oder wie? Oh mein Gott. Schön, bisschen. Sehr schön, Buddy. Ich freue mich nicht drauf, aber andere bestimmt. Oh ja, I remember there was something like this, but the thing is, I knew about this, maybe I did it in my No Wrong War PB, but I think no, because I decided, like, um, um, yeah, not easy because of, uh, text boxes, like, you tend to mesh. Well, I, um, I, I, uh, when I did that, I used to mesh more and then talk three times to him. Something like this or so, but I don't remember anymore, but yeah, I knew about it, but nice. And now, let's squeeze into the door, like in the test, at the, at the, um, glitch, at the sequence break. I knew that it's maybe RTA wireable, that, that trick. Here's to leave, that would be a thing when you return, shit. Might be here, really. Alles klar, Buddy, danke fürs dabei sein, gute Nacht, äh, viel Spaß bei der Nacht, tschüss später und adios, ciao, ciao. Phillips, giro, piss, gu kilowatt, guckaste, 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 gucksteiner, gucksteiner. Didn't work. I will not heal this time, because I have a Herb. Oh mein Gott. That sucked ass. That sucked really bad. I will have a Herb, if needed. Oh, your occasion. Where are you going? I hope you have a nice time. Oh, wow, in Japan. Awesome. That was not awesome. Ripped the time save here, by the way. There's actually a free time save here, but I don't think I would save anything here. Honeymoon in Japan with the lady. That's really awesome. Happy for you. Le Ulc. Maybe this will be still one second time save or so? Because... Nine seconds. What happened to my PB? Did I need to heal twice? Was that nice? Nice. 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 Hi. Nice. Ok, was ist das? Neue Strat hier. Neue Strat auch. Lass es nicht, Glückwunsch. Bitte nicht. Okay. Let's go. Hier, Frommöhl. Okay, nice. Nice beginning. Oh, mein Gott. Let's... F***ing Egg. Mm-hmm. Yes, yes. Look at this shit. What the f***? Oh, God. Now I'm scared. To fail the wrong wolf again. Oh, no. Why the wrong... Shit. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. If I fail the wrong wolf now, I will be f***ing sad. This will be gold, eh? It's four times 25 person in a chance in a row, huh? Oh, shit. Oh, f***. Don't fail it. Please, don't fail the f***ing wrong wolf. Okay, when I'm in Mount Crest, I will close chat. Oh, my God. Scheiße, man. That's the full ANG. I have it already said. The f***ing full ANG. Yes, I definitely want to focus. Even though the run started off really badly, but... Thank you very much. But... Vampires were not too bad. Ten Fagina was awesome. Oh, scheiße. Fuck, man. Oh, scheiße. Oh, boy. Oh, boy. Okay, wenn ich in Euro bin, tschüss, chat, okay? Okay. What the f***? Oh, man, man, man. Wine. Okay, Leute, be right back. Ich sehe euch nicht mehr, benehmt euch. Vollfokus. Oh Gott, der scheiße Wrong Wolf, Mann. Eben habe ich ihn irgendwie beim siebten oder achten Versuch gehabt. Muschituch, oje, komm her. Gutes Getränk, komm her. Oh Gott, der scheiße Wrong Wolf, Mann. Oh Gott, okay, whatever. Oh Gott, okay, whatever. Oh Gott. Ja. Hm. Komisch. Ja. 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 Ich hab nen Hörber. Ah fuck ja! Habe ich Komlzett vergessen? Normalerweise wäre der Maschinenjob oben rechts. So. Komische Dinge passieren. Sehr komisch. Die Masch. Ja. 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 Okay, nice. Ah, yes. Good, good, good. Oh, my heart. Oh, 130. Nice. Oh, shit. I was so nervous, because of the Zenfinger. Crazyfinger, that would be scary to challenge. Yeah, honestly, the beginning of the run was kind of meh. Too like a cast off, really bad diamond mine. But other than that, pretty good. Oh, nice. Oh, boy. That was a wrong warp, a soldier killer. Oh, yeah, okay. Oh, young, young. Happy. The first run I had today, I failed. Like, I was also on PvP pace, minus 28. And I think I needed seven or eight attempts to make the wrong warp. And now, first try. Good, nice. But I'm still shaking a little bit, actually. I'm not sure. Just because of the Zenfinger, I was so nervous. Because this Zenfinger is not gonna get it often like this. It beat my... That gold was from any person on wrong warp. No wrong warp, so... That gold was actually very good. And we beat it by, I think, three or four seconds at gold. Let me see... Two seconds, I think. So... Still... Amazing. Oh, guys, thank you. But, good. Let's do the next category. I think ZolaZell had it once. I think it was a clip. Long time ago. Long time ago. That's what I remember. Or in one of his PBs, I don't know. But, I think there was a clip of like... That. But, wow. Amazing. Amazing run.